Eine ganz kurze Aufgabe, die ich zugehe, hätte meine sein müssen, und zwar, ich kann es sein? Okay, jetzt kann man es sein. Kannst du den hier, wo du drauf einmachst, und auf dem Desktop sind deine Beats drauf. Ich gebe dir jetzt eine Tasche. Das sind drei Sticks, dummerweise sähe die alle gleich aus, oder so. Und ein Stick davon probiert aus, der heißt EXFAT. Da schiebst du deine Sachen rein. Für jetzt brauch ich meine Sachen nicht. Wieso? Weil ich jetzt Info machen. Heute Abend noch Info. Instrumentation. Die wollen nicht die special Sachen, die wir jetzt noch haben. Okay, alles gut. Ja. 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 Ja.